Im Hause Wollny steht eine große Feier an. Silvana Wollny wird vor den Traualtar treten. Im September 2021 gab sie ihre Verlobung mit ihrem Partner Florian bekannt, mit dem sie bereits zwei Kinder hat. Doch vieles ist zur Hochzeit noch nicht bekannt, wohl auch sehr zum Bedauern der Wollny-Fans. Sie fragten Silvana Wollny nun in einer Instagram-Fragerunde, ob die Trauung denn dieses Jahr stattfinde. Ihre Antwort dürfte wohl viele traurig gestimmt haben. Sehr wahrscheinlich nicht, so Silvanas Fazit. Wann es stattdessen soweit sein soll, verriet sie nicht. Eine Vorstellung, wie ihre Traumhochzeit aussehen soll, hat die Wollny-Tochter aber schon. Im Promi-Pool-Interview gab sie Preis. Es sollte auf jeden Fall romantisch sein. Und natürlich möchte ich meine ganze Familie dabei haben. Wichtig ist mir, dass wir einfach einen tollen Tag haben und viel gelacht und getanzt wird. Was die Location, Dekoration und so weiter angeht, da lasse ich mich jetzt erstmal inspirieren und schaue, was mir so gefällt. Es bleibt also abzuwarten, wann Silvana und ihr Flo vor den Traualtar schreiten. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020